Hitler, bist du das? Gegenfrage. Vollidiot, bist du das? Keine Idee, ist wie aber, like, ein Zweiter Weltkrieg. Äh, ja, es gibt halt einen Unterschied, und zwar, die Gegner schießen nicht und sterben. Nicht um dir nahezutreten, aber du hörst dich ein bisschen an, so wie der Gronkh. Psst, ich bin Gronkh. Das ist mein heimliches Ich. Und, und, äh, naja, ich wollte halt mal einen Kanal machen, wo man mich nicht so kennt. Wie hast du mich entdeckt? Oh, warum lädst du es dann nicht auf deinem normalen Channel hoch? Weil die Abonnenten hier auf dem Channel einfach viel, viel, viel netter sind. Und mir viel, viel mehr Komplimente machen. Deshalb. Dass bei 20 Minuten, wenn du abgeknallt hättest, das wäre mega fies gewesen, weil er so lange alles richtig gemacht hat, und dann wegen so einem Scheiß. Okay, das dann mit der Kiste, wie fies ist das denn? Och, komm, mega fies. Soll ich den Kamillentee machen? Pink Panther ist fies. Von daher, wenn er was falsch gemacht hat, stirbt er. Headshot. Meinst du, Mom? Hörst du dich an wie Schikey? Hallo und herzlich willkommen, YouTube, hier bei eurem Pink Panther. Diesmal ein Frei für alle. Und ich habe in meinem Koffer eingepackt die Semtex, das Maschinengewehr und als Killstreak die Motorsäge, äh, Rattengift und, naja, Atombömmchen oder so. Voll Hammer. Pink Panther sagt, ich bin schwul. Stimmt nicht. Das habe ich nie behauptet, dass du schwul bist. Das, das... Und wenn schon, das wäre auch gar nicht schlimm, solange du nur von meinem Hintern wegbleibst. Mach doch mal, such den Pink Panther zum Beispiel, du legst dich in Gebüsch und die müssen dich suchen. Erfindet mich doch nie einer. Du bist einer der Leute, die Niveau haben. An deiner Stelle würde ich überreagieren. Respekt. Nö, man muss nur die Ruhe behalten. Aber meistens ist es so, wenn ich dann auf bin, dass ich dann total durchdrehe und ich... Also hier fing alles an, groß zu werden. Ach, nö. Der war schon immer groß. Was geht? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Wo ist das Flugzeug? Da ist überhaupt gar kein Flugzeug. Was für eine Domina. Pink Panther fragt. Soll ich böse zu dir sein? Hallo, ich hätte ein neues Spiel. Räuber und Polizei. Die Bullen haben ein Schild und die Pumpgun und Extras und die Räuber haben Taktikmesser und Wurfmesser. Wenn ihr jetzt zu zwölf seid, ist die älfte Räuber und die anderen Bullen. Und jetzt die Bullen müssen die Räuber suchen, wenn ihr einen gefunden habt. Also vor dem müsst ihr noch einen Ort ausmachen, wo ihr sie hinbringt. Also wenn ihr jetzt einen gefunden habt, müsst ihr zum Beispiel sagen, also die Bullen müssen sagen, auf den Boden legen. Und wenn er es nicht... Äh, 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 ja klar, können wir mal ausprobieren. Sexy Panther. Lalalalalalalalalala, lololala.